Auf zur letzten Agenten-Position und damit Halle oder Seizen! Willkommen zurück bei Karros. Wieder nix mit so einem Lichtantrieb. Warum denn nicht? Das geht doch manchmal. Vielleicht nur zu einer bestimmten Uhrzeit. Weihnachtruhe zum Beispiel. Da ist es zum Beispiel nicht möglich. Wir haben das Prototyp-Wepon verloren. Nicht noch. Ich kann meine Sensoren zu ihm. Seine Trailer. Die Wepon. Void-Energien. Ich weiß, wo er ging. Wir sind nahe. Der Prototyp-Wepon muss hier sein. Seine Void-Krystale resonieren in mir. Hier geht es wieder nicht. Hier ist 30er Zorne. Körbakt ist für ihn. Hier geht es wieder. Das ist tot. Was ist ein Dosenang. Wir können ja im Gehebel gemacht werden. Wir können ja nun sehen. Das war unser Dosenang. Ich bin auf der Kurs. Drei uns das Prototyp. Seeker, schieß mich. Ich bin bereits in Kurs. Meine Mission ist in Kurs. Oh! Oh, ich bin nicht kurz. Du musst sie erst runterziehen. Ich will sie nur für ihn. Ja, für heute. Oh. Die Kackwaffe ist weg. Muss weg. Muss weg. Die Schildenergie ist auch weg. Hast du das, du Arsch? Nee. Ich brauche das doch. Wir sind unstoppable. Geil, ey. Wie die beiden harmonieren. Das passt ja auch ganz gut ins Bild. Dieses Harmonieren. Jetzt habe ich dich, du Arsch. Du schießt den ganzen Mist auf uns. Oh, Mann. Bruchnendung. Niveau 5. Einstufe erreicht. Jetzt kann uns, glaube ich, keiner mehr anblasern. Aber die Reparaturtrohne braucht noch ein ganzes Stück. Es kann uns dann noch jemand anlasern. Oh, da unten ist jemand. Und. Hä, war das nicht? Okay, war nicht. Jawoll. Der Sturm ist hier. Auch wenn wir sie nicht weiter angreifen. Einfach mal etwas ärgern mit dem Ritual des Sturms. Fliege wogegen. Komm schon. Nee, wieder nicht. Oh. Och, sag mal. Ich meine, es dauert uns einfach so eine Mine ins Gesicht. Nicht nett. Der Weißprototyp muss hier sein. Es ist void. Krystale resonieren mit mir. Warum müssen wir denn jetzt nochmal mit ihm quatschen? Ich meine, wir könnten auch da einsteigen, wo der Kampf beginnt. Hinfliegen, angucken, quatschen lassen und dann erst loskämpfen können. Das ist aber ein schönes Licht. Gib uns das Prototyp. Seeker. Schau mich. Ich bin bereits in Chorus. Meine Mission ist in Chorus. Aber du? Du wirst nie wissen es. Wir nehmen sie zuerst. Wir nehmen sie zuerst. All except ihm. Ja. Für jetzt. Du wirst. Death. They'll burn. Now burn. No pain. Stopt uns. Das war richtig blöd. Das war zu früh. Das war richtig blöd. Das war richtig blöd. Sie sind zutaten. Und diese blöden Elite Raven bekommt. Okay. Minenweg. Oh, Mann. Jawohl, einer ist weg. Ein Kackarsch. Was ist der Nächste? Wo bleibst du, du bist. Ach so, ein kleiner Flieger. Ne, der wird bestimmt nicht böse sein. Die Elite Raven haben ja alle Schüttenergie. Ich glaube, alle Ladungsangriffs- Schießer sind weg. Sie sind wieder angeflogen. Ah, ist kaputt. Oh, oh. Da kam wieder einiges. Ins Gesicht geflogen. Au, au, au. Wir hätten keine Geschwindigkeit drauf. Die Reparatur sind aber auch noch ein ganzes Stück. Alle Ladungsangriffs- Ladungslaser- Schießer sind weg, aber die Gefahr ist noch lange nicht gebunden. Wir waren doch schon längst aus dem Wirkungsbereich raus. Das kann mir doch keiner erzählen, dass wir da noch drin waren. Das ist doch genau gesehen. The weapon prototype must be here. Its void crystals resonate within me. Die Guck mal, du kleiner Arsch. Ha, verdient. Wo ist er? Da oben. Es geht so viel besser und angenehmer mit dem Ritual des Sturms. Zerschönt. Zerschönt. Oh, was war das denn? So lahm waren wir doch gar nicht. Der fliegt dagegen. Aber nicht ausreichend. Nachher rein. Oh Mann. Sag mal, seid ihr blöd? Was trifft uns denn da immer so ganz schlimm? Der hat doch Schildenergie, oder? Irgendein Scheiß war es. Nachdem am besten alle kaputt. Alles was ihr noch rumschwirrt, dann kann es uns auch nicht ärgern. Vielleicht sind wir wieder aus dem Bereich raus. Da ist noch was Kleines. Ich glaube, die kommen alle aus dem Schiff raus. So lange wir es nicht kaputt machen. Ich glaube, die Kleinen kommen aus dem Schiff raus. Natürlich ungünstig. Da hat noch Schildenergie. Der Turm. Was ist denn jetzt los? Mit diesem Zeug. Ich würde gerne mal die Drohne benutzen. Wir haben echt nicht mehr viel von der Hölle übrig. Viel zu viel Kleinfietzeug, was hier rumschwirrt. Mine, 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 mine. Drohne braucht noch viel zu lange. Da reinfliegen ist mir gerade so riskant. Ich würde ganz gerne erstmal die Reparaturdrohne abwarten. Reicht mir. Komm schon, Drohne. Ich drück und drück und drück und drück. C, C, C für die Drohne. Komm schon. Geh doch. Da ist noch was Rotes davor. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ich schäf. Ich schäf. Wer jetzt die Schildenergie weg... Da liegt noch was... Auf dem Boden dieses Eingangs... Jetzt haben wir hier ganz schön viel Müll... Mist daneben... Hier schon das Schiff am alarmieren ist... Achtung ich explodiere gleich... So jetzt aber... Da rechts ist noch was... Klitzekleiner Energiezelle... Wir müssen von der Seite ranfliegen... Wir sind... Unstoppable... Hohohoho... Okay... Wir werden ganz sicher die Zirkel verstärken... Jetzt kommt zumindest nichts mehr nach... Sondern das was hier rumfliegt... Klein bekommen... Reparaturtonne bald wieder da... Rumpfenergie ziemlich gut... Sieht auch gut aus... Herz 2 Begleiter... Jetzt bringen die beiden ihm auch nichts mehr... Schnell wir... Kurzen Prozess mit denen machen... Sobald... Wir einfach mal Anflug nehmen... Mit dem Ritual des Sturms... Und... Fliegt aber gegen... Neuer macht die Schöne an... Sie sind... Sie sind alle tot... Aber ihn... Let's follow... Wofür geht's mir weniger... Just like you couldn't part with your mighty ship... You know me well... Yes... We were the same... Until you betrayed us... Until you betrayed him... Jetzt geht das Ding hoch... The weapon is charging... Yes... Out now... The right of the star... We made it out... And Cyrus will assume you died... Maybe... At least the weapon is neutralized... Awan, come in... Hallo... What was that Nora? An open fight with Sarah's Legion? It's a declaration of war... It's the consequences of truth... Nora... Awan... You knew exactly what I'd do... Yes... It's just sooner than I expected... Will the Guardians fight? We would never strike... But... We will... Acknowledge the truth you've revealed... He knows where this leads... It's inevitable... You still must complete the path of virtues... Then we'll take care of... All this... I'll go to the Kinnock fields... Good... In chorus, Nora... Then we'll have to leave now... Sprung... Tor... R... We're going to be in the Kisten... We'll have to go back on the Hangar... We'll have to go back... We'll have to go back... We'll have to go back... How are we going through... How's that looks... Atomalized... We're going to go back... Jetzt kann ich hier mitten in der Stadt in der 30er Zone wieder den Sublichtantrieb anschmeißen. Warum denn? Das muss uns irgendwer mal erklären. Ich kriege ein Signal. Was war das Ding jetzt? Verbündete. Schöne Explosionen. Klang auch gut. Sehr gut. Das war es schon. Rumpfragment. Jawohl, wir müssen unbedingt mal wieder in den Hangar. Schon wieder was. So viel Ablenkung. Na, wenn sie da was für den Rumpf gibt, gerne. Schrei nach Hilfe. Wo ist es denn? Da. Ich bin Sika Nara. Wir brauchen Hilfe. Mein Mann, Kassi und ich sind Wissenschaftler. Forced zu tun, die Forschung an der Legion. Ein von unseren Kollegen hat mir gesagt, dass sie ihn heute Morgen getötet haben, als er zu kommen. Do Sie wissen, woher sie ihn genommen haben? Nein. Aber es ist wahrscheinlich evidence von der Forschung. Ich... Ich kann nicht zurück. Lass dich machen. Ich will deinen Schwung finden. und möglicherweise die Legions-Efforten in Nimica zu reduzieren. Danke. Hier, kopiere meine Schiffssignatur. Wenn Sie meine usualen Route betrachten, dann sollten Sie gut sein. Sind die so blind, dass die nicht erkennen, dass es ein ganz anderes Schiff ist? Nur wegen einer Signatur? Die verlassen sich komplett auf irgendeinen Scan. Das ist dein Untergang. Erstmal die Signatur abholen. Aber mit diesem Schiff von dir, besser aus der Sicht. Sie ist richtig. Sie werden uns erkennen. Ja. Lass uns nahe zu dem Boden bleiben und ihre Patroule abhören. Ich verstand unsere Umstände. All right, let's head out. Please be careful and lie low. I don't want them to hurt my husband. Or find me here. I got this. Jetzt dürfen wir auch nichts verschießen. Einfach eine Anweisung gefolgen. Stop. Patrol on the right. So the Guardians turned her away. Und du bist sicher, dass die Künstler war? No one knows for certain. Better be careful, then. They're out of sensor reach. Let's continue. Seeker Nara, you must fly straight ahead now. The path's blocked. Um, take a left turn, then. Okay, we should descend to avoid detection. And now to the right. Patrol ahead. We need to hide. Up there. Inside that passageway. Nicht schlecht. Ich wollte doch gerade da oben reinfliegen. Please be careful and lie low. I don't want them to hurt my husband. Or find me here. I got this. Stop. Patrol on the right. So the Guardians turned her away. And you're sure it was the Cult Slayer? No one knows for certain. Better be careful, then. They're out of sensor reach. Let's continue. Seeker Nara, you must fly straight ahead now. I'm detecting that engineer. She's trespassing again. The path's blocked. Um, take a left turn, then. Okay. And now to the right. Patrol ahead. We need to hide. Up there. Inside that passageway. Here they come. That was close. Let's go. Seeker. You're almost there. I don't know where they're at. Well done. Now fly to the entrance and sign in with my ID at the terminal. That should be the terminal. Komplett zum des Dings erreichen, wenn man ein großes Schiff hat. Zum Glück ist Forster recht schmal. Very good. Now they'll think the engineer has arrived. It'll probably take them a couple of minutes to notice our deceit. Alright. Now you can gain access to their network up there. Why exactly did they detain your husband? Uh, well, we've been making a plan to get away from here and they know everything. Is this your boss or is it ours? Is this your boss? Detecting an access point to the network. Scouring data. Decrypting. I found a lead. Three shipments are departing now from the trade station to an unknown destination. Manu, we may have found your husband. He's about to be transported any moment. Oh no. Please, hurry. I'll never see him again. We'll catch up with you. Let's go, Forster. There. It's Manu. Find anything? Like his exact location? We'll have to check each shipment and hope for the best. Please, let it be there. You really think it's worth the trouble? Anything that harms the Legion? If it does. What kind of research were you doing? I'm an engineer and my husband's a physician. We're experimenting with different materials and technologies. Anything noteworthy? We're stalling our progress as much as we could, so no. Cargo marked. No. Husband. Understood. Just a bunch of tech equipment. Scrap. Fragment. No credits, but not so many. Oh, 60 seconds of time, I just see him. We got him. Oh man. Who are, who are you? Please don't, ma, Manu? Kasi? I thought I'd never see you again. Manu, I, how did you... Detecting multiple Legion ship signatures. Kaputt machen. We must leave, now. Was, weg? Oh. Kommt der mit? Thank you. Thank you so much. They'll be here any second. We need to get you two away from here. I located a spirit class ship. Docted one of the cargo bays. It starts should still provide plenty of firepower. Understood. I'll board it and provide covering fire to allow their escape. Oh, ein dickes Bum-Bum-Schiff. Ein Spirit mal wieder. Zum mittlerweile, glaube ich, dritten Mal, dass wir einfliegen werden. Wir können noch schießen, wir können uns nicht bewegen. Aua. Aua. Das ist aber ungünstig. Wir kriegen ganz schön viel was ab. Ganz schön viel was, ja. Oh, hallo. Fast kaputt, der Spirit. Das ist nicht so gut. Oh, oh. Geht könnte ich nicht schnell kaputt, das Ding, weil es einfach nur rumsteht, he? Wobei, es bewegt sich auch. Das ist aber so, wie lange ist es auch, nö. Warum muss ich den da nochmal hinfliegen? You'd still provide plenty of firepower. Understood. I'll board it and provide covering fire to allow their escape. I feel its strength. It's mine. All right, Manu. Get going. Heading out towards the traffic lane. All right. Legion branching from the east. Clear. And more incoming. Töne sieht schon wieder nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Wir können ja bloß rumstehen. Mehr geht nicht. Unterhaltig schnellstmöglich die Gegner treffen. Die einzige Möglichkeit. Die Gegner schnellstmöglich wegbekommen. Und schon wieder daneben. Och Mann. Das war da jetzt schon mal deutlich besser als beim letzten Versuch. Und es ging trotzdem ziemlich schnell schief. Auch wenn wir jetzt etwas weitergekommen sind. Das ist ja komisch. Ich habe ein Spirit-Klass-Ship. Dieses Blöde immer da hinfliegen. Its Torens should still provide plenty of firepower. Entstanden. I'll board it and provide covering fire to allow their escape. I feel its strength. It's mine. All right, Manny. Get going. Heading out towards the traffic lane. All right. Legion approaching from the east. Das wird kein Lebensbalken. Wir müssen einfach überleben. Das ist das Ziel. Die sind ja schon wieder fast kaputt. Ich rater hier doch die Gegner weg wie nix. Was ist denn das? Ich bin doch jetzt sogar gefühlt noch schöner gewesen. Ich meine, dieses Blöde da hinfliegen, ey. Der geht noch nicht mit der Sublicht an. Ich habe ein Spirit-Klass-Ship. Doct in einer der Cargo-Bäse. Its Torens should still provide plenty of firepower. Entstanden. Ich werde es board it and provide covering fire to allow their escape. Ich fühle, dass es die Waffe ist. Es ist mine. All right, Manny. Get going. Heading out towards the traffic lane. All right. Legion approaching from the east. Die Waffe ist nicht. Und morgen kommt. Jetzt sieht es schon mal deutlich besser aus. Na, jetzt geht es wieder auf den Rumpf. Ist doch alles so bunt. Ich muss die Gegner erstmal auf dem Schirm bekommen. Aber es sieht jetzt schon mal wieder besser aus. Arbeit so zu der Enge. Na, Rumpf sieht nicht mehr so gut aus. So weit waren wir aber noch nie. Ah, ah, ah. Das war es wieder. Oh, er fliegt uns was an. Was ist denn das? Das ist aber gerade extrem. Naja. Es fühlt sich ja gar nicht schwierig an. Aber irgendwie ist es auch schwierig. War ziemlich viel auf einen einprasseln. I located a Spirit-class ship. Docked in one of the cargo bays. Its storage should still provide plenty of firepower. Understood. I'll board it and provide covering fire to allow their escape. Okay, ich komme her von links. Ich bin zu lahm. Wieder besser aus als beim letzten Versuch. Aber irgendwann kommt der Punkt wieder, wo uns jemand die ganze Zeit anschießt. Und ich es nicht so mitbekomme. Einen anderen wollen es bloß umschwirren. Zum Beispiel werde ich eine viel zu lange Leerlaufphase. Der ist nicht so wichtig. Der schießt nicht auf uns. Das ist nichts. Leerlaufphase. Komm, haut ab. Das geht doch wieder schief. Ich denke, das ist es. Zurück zu dir, Forza. Ja, ja, und zwar schnell. Forza ist deutlich sicherer. Ich habe nicht gedacht, dass es jetzt funktioniert. Habe ich nicht gedacht, dass es jetzt funktioniert. Habe ich nicht gedacht, dass es jetzt funktioniert. Hier geht er, Sublichtantrieb wieder. Naja, Sublichtantrieb ist schneller. Oh Mann. Rumpfragment. Rumpfragment. Wie weit muss ich hier noch wegfliegen, damit die Erinnerung aktiviert werden kann? Kühlkörper. Schon wieder mal ein Kühlkörper. 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 Boah, dieser Nebel dahinten und dieser, ich sag mal, lila Stern, der eben auch die Nebel so lila anhaucht. Cool. Boah, cool, Gegner. Schon dabei. Boah, ich stelle mich gerade nicht gut an beim Ausweichen. Oh Mann, das war wieder nicht gut. Jetzt geht's los. Zu früh ausgewichen oder ausweichen wollen. Oh, ich wollte ihn stören, aber da hätte ich lieber mich aufs Ausweichen konzentrieren sollen. Kacke. Kacke. Rumpfasst wieder weg und die Drohne ist noch lange nicht bereit. Ich hätte gern mehr Hölle. 1.550 Credits sind schon viel. Hölle baut sich auf, Hölle baut sich auf. Ein bisschen spät, dass ich das gestartet habe, aber so spät als nie. Was machen Schiffe, die größer als die Ringer sind? Die können ja gar nicht springen. Hö, 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 Hö. Ich würde sagen, Amarok war aber da, weil das am nächsten ist. Das ist noch Boah. Knuckfett, da müssen wir später auch hin. Da, Amarok. Ah, das mit dem Geröll war das, okay. Schon wieder das rum noch. Ja, das mit dem Geröll war das, okay. Ja, das mit dem Geroll ab. digamos ja. Ja, das mit dem Geröll war das dar很有 Zeit für dieretten Haison. Wie weit das noch weg ist, ne knappe halbe Minute. Wieder zu fassers Ursprung, ne hier gibt es was zum Ärgern, zum Helfen, zum Helfen eher. Ach ne hier, Hangar, hm, war nicht verkehrt. Dann wollen wir mal gucken. Hm, da fehlt was. Wir haben ja erst 2 bekommen, ich hätte gern 3. 29.976, sehr schön. Plus 100, Stufe 7, 1 und 2 bekommen. Stufe 5. Und nochmal geht, sehr schön. Und nochmal für 3100 Credits wird auch genommen. Endstufe erreicht? Ja, Höchststufe erreicht, Stufe 5. mmmm hшего, n hihihi, mm hihihi, hm, hm, hm. Schüttenergie hoch, Gatling aber runter. Die Gatling will ich nicht runterbekommen. Ich würde sie gerne hochbekommen für 2500. Zielverfolgungsalgorithmus. Eine Verbesserung mit einer zugleich Verschlechterung von was anderem finde ich jetzt nicht so cool, deswegen wird das wohl nix. Aha, Kreisstabilisator. Mehr für die Gatlinge, dann haben wir jetzt ganz schön viel für die Gatlinge getan. Wird mal noch mehr als genug Credits fürs Erste. Gut. Dann belassen wir es doch erstmal dabei. Hm, Nähmungsstrahl. Mehr Rumpfschaden, mehr Schildschaden, Panzerungsschaden. Ladung, Feuerrate ist gleich, Aufleitetempo auch, bringt nur Vorteile mit sich. Na dann, Nähmungsstrahl. Her damit. Zesuchbola. Zesuchbola. der 1 das klingt nach der war für die wir auch bei der kern erinnerung hatten zielsuchbohler nehme ich mal mit mal gucken wie es ist zielsuchbohler und lämungsstrahl wollen irgendwie mal ausprobiert werden aber das machen wir jetzt nicht mehr todeshauer meint den hatten wir ja erst das war auch mit salben die reißklau halten wir doch jetzt sind doch auf einmal viel zu wenig credits ok ok habe ich verstanden ja verlassen und wir gehen hier aus und wir sehen uns dann einfach beim nächsten mal wieder die klinger cool sieht ja böse aus wenn der schüsse in die laser fliegen geil karos ist einfach super und zwar so in ziemlich allen belangen außer wenn man eine mission nicht schafft und dann den ganzen weg nochmal fliegen muss war jetzt nicht so lang aber er war da und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss tschüss